Kinder noch wieder frei, wirst sie wieder singen, spiel'n und schau'n, durch seine Zeit in dein Gesicht, durch seine Geschichte. Achtung, Achtung, ein ganzes Sack, ein ganzes Bundesland leiden, in dieser Corona-Ratoren-Politik. Die manchen Zahlen, Daten und Fakten geben eine Panik-Pandemie nicht her. Wie lange wollt ihr euch das noch gefallen lassen? Wie lange wollt ihr euch einsperren und bevormunden lassen? Wacht auf, schließt euch an, sonst wird dieser Corona-Wahnsinn niemals enden. Zu Ende Januar sind 99,7 Prozent der deutschen Bevölkerung von Corona nicht betroffen. Das wird Advanced-Politik, das ist eigentlich eine Ausbedienung von Corona. Wacht auf, schließt euch die ganze Zeit? Und gut so, wie lange geht's übersehen? Der wurde sie mit jedenfalls von Corona-Herralde in Brüder und Fallschuld. ... von Corona-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Herr,